Aufträge fallen nicht vom Hunde. Was ist der Schlüssel, dass das Marketing richtig zum Fieten kommt? Perfektes oder sagen wir, gutes Marketing. Woran scheitern die meisten Immobilienmakler? In dieser Podcast-Folge wollen wir dem ganzen Thema mal ein bisschen auf den Grund gehen. Und Leon und ich werden jetzt einfach mal so einen ganz entspannten Real Talk halten und uns austauschen. Was denn unsere Erfahrungen sind aus vielen, vielen Gesprächen, also ein paar hundert, wenn nicht gar tausende Gespräche mit Immobilienmaklern, die wir in den letzten Jahren geführt haben. Und da ist natürlich jede Menge Erkenntnis bei rausgekommen. Leon, erzähl doch mal so, was sind denn deine Erfahrungen, die du im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten in der Beratung, in den Gesprächen mit Immobilienmaklern gemacht hast? Ja, also ich glaube, der erste gravierende Punkt ist das Nichtverständnis oder falsche Verständnis von dem Thema Marketing im Allgemeinen. Also, dass das komplett falsch verstanden wird, was Marketing im Kern eigentlich wirklich ist. Wobei wir beim nächsten Thema wären, also das Verständnis für die eigene Zielgruppe. Ja, also wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe und wie erreiche ich meine Zielgruppe auch zielführend? Ja, weil es gibt natürlich Wege, die funktionieren. Es gibt Wege, die funktionieren nicht. Aber Marketing heißt nicht nur, weil ich Marketing mache, dass es auch funktioniert. Aber lass doch mal genau da bleiben. Was heißt denn eigentlich Marketing? Marketing ist eigentlich konkret jegliche Maßnahme, die dafür zuständig ist, den Namen des Unternehmens oder je nachdem, ob du eine Personal Brand sein möchtest, deinen persönlichen Namen bekannter zu machen. Also jegliche Maßnahme, die du in dem Bereich ausführen kannst. Das ist grundsätzlich Marketing. Okay, so und jetzt sagen ja viele Makler, ja ich brauche Leads, ich brauche Leads. Wenn ich Leads habe, ist alles cool. Ja, so. Da reden wir dann ja über Vertrieb. Aber was ist denn eigentlich Vertrieb? Also die reine Definition von Vertrieb, was viele auch nicht wissen, was viele auch extrem falsch verstehen. Ja, die sagen, ja ich bin super Vertriebler. Also Vertrieb ist letztendlich nichts anderes als zur Verfügung stellen einer Dienstleistung oder eines Produktes. Nichts anderes. Also nehmen wir beispielsweise Amazon, die führen das eigentlich par excellence vor. Du siehst irgendwie eine Marketinganzeige von einem coolen Paar Schuhe, hast eine Banner-Ad, also eine Anzeige an der Seite, klickst drauf, hast den Schuh eigentlich schon gekauft. Also dein Interesse, deine Kaufentscheidung wurde durch das Marketing quasi erweckt. Und jetzt gehst du hin und drückst auf Kaufen. Der Vertrieb ist letztendlich nur noch, dass der Schuh zu dir nach Hause geliefert wird per Post. Das ist letztendlich Vertrieb, also die Zurverfügungstellung des Produktes. Okay, das heißt ja dann im Endeffekt, der Makler versteht das Thema, so ich will ein Lead haben und dann gehe ich zum Kunden raus und hole den Auftrag irgendwie rein. Wenn wir das richtig verstehen, bedeutet das ja beim Makler erstmal, das Marketing muss so gut sein, dass im Prinzip, wenn der Kunde sich von alleine meldet, was ja das Ziel sein muss am Ende des Tages, also viele, viele, viele Anfragen zu generieren, wo Leute von alleine auf einen zukommen und der Makler geht zum Alleinauftrag bzw. zum Einkaufsgespräch, dann muss eigentlich der Kunde schon gekauft haben. Also im Kopf schon die Entscheidung gefällt haben, mit dem will ich arbeiten. Also Marketing, perfektes oder sagen wir gutes Marketing ist dafür zuständig oder muss in der Lage dazu sein, so viele Einwände wie möglich vorwegzunehmen. Okay, dann lass uns doch mal genau dabei an dieser Stelle bleiben. Wir haben ja etliche Beispiele im Coaching, wo das genau so funktioniert. Also wo der Makler im Prinzip rausfährt und im Prinzip haben die Kunden schon die Entscheidung gefällt oder ganz, ganz viele Leads kommen auch von alleine rein beim Kunden. Was hat denn jetzt dieser Makler oder diese Makler, was haben die denn anders gemacht als andere? Also ein ganz wesentlicher Punkt ist eben zu verstehen, was funktioniert überhaupt. zu verstehen, wie muss ich mich da draußen zeigen und welche Maßnahmen funktionieren, auf welche Art und Weise. Also dieses Wissen, dieses Verständnis darüber ist ein ganz wesentlicher Punkt. Weil nehmen wir mal einen Flyer, also ein Satz bei einem Flyer kann dafür sorgen, ob der Flyer performt oder auch nicht performt. Das ist erst mal Punkt Nummer eins, also das Verstehen darüber. Warte mal ganz kurz, um dich da direkt zu unterbrechen. Flyer. Jetzt sagen ja viele mal, ja komm, Flyer, das funktioniert ja nicht mehr. Da sind draußen viele Firmen, die Webseiten, die Online-Marketing verkaufen. Wer ist denn so blöd und macht noch Flyer? Ich habe gehofft, dass du diese Frage gestellt hast. Das ist definitiv ein Punkt, den man oft hört. Ja, funktioniert das denn wirklich noch? Ja, funktioniert das. Weil auch da sind wir wieder bei der Kernfrage, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Und wenn wir jetzt spezifisch über den Immobilienmarker sprechen, was wir auch tun, dann muss uns einfach bewusst sein, dass in den meisten Fällen, es gibt natürlich auch mal Ausnahmen, das ist jetzt, das muss jedem klar sein, aber im Normalfall bewegt sich so unsere Zielgruppe 50 aufwärts, also Ü50. Also die, die Häuser verkaufen. Die, die Häuser verkaufen, Eigentümer, genau. Das sind die, die wir ansprechen wollen, um neue Aufträge zu generieren. Ü50 und in dieser Generation ist es einfach so, dass der Großteil noch sehr viel Wert auf haptische Dinge legt. Also wirklich noch was in der Hand zu halten. Der legt sich das beiseite und was man natürlich auch immer noch bedenken muss, die Customer Journey, also der Weg, wo der Interessent zum ersten Mal deinen Namen gesehen oder gehört hat, bis der dich letztendlich kontaktiert, da vergehen im Durchschnitt sechs Monate. Ja, locker. Ja, Minimum sechs Monate. Und wenn du dann schon mal einen Flyer bei dem zu Hause platzieren konntest, ist das definitiv hilfreich. Wir sehen es ja auch bei Kunden von uns, die dann auf einmal in der Gruppe posten, ey, da hat sich jetzt einer vor einem halben Jahr von einer Flyer-Aktion gemeldet. Aber da nochmal drauf zu gehen. Also für mich ist es einfach so, dass ich immer wieder feststelle, dass das Thema auch Geduld, das Thema nachhaltig etwas durchzuziehen, ein ganz, ganz großes Thema ist. Und aus meiner Sicht das Hauptthema, das absolute Hauptthema ist, ist, dass die Makler eine Sache verstehen müssen, dass sie an ihrem Standort sind und ganz viele verschiedene Touchpoints aufbauen müssen. Ganz viele verschiedene Touchpoints. Also was ist ein Touchpoint? Einfach Begegnungsmöglichkeiten oder sagen wir mal Opportunities, Gelegenheiten, dass der Kunde mit einem in Kommunikation gehen kann. Also das, man könnte auch sagen, Standort-Marketing. Also an meinem Standort, wir hatten ja gestern so ein geiles Beispiel, wo wir eine WhatsApp-Nachricht kriegen und es sagt dem Kunde, boah, ich habe auf einmal hier zehn Aufträge, die letzten fünf Aufträge, die sind einfach so von alleine gekommen. Ich habe überhaupt kein Marketing gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Und wir beide mussten lachen. Warum? Warum? Er hat ein Ladenlokal neu eröffnet. Er hat entsprechende Aktionen, Flyer-Aktionen gefahren. Was alles Marketing ist. Also Aufträge fallen nicht vom Himmel. Genau. Aufträge fallen nicht vom Himmel. Und jetzt kommt aber ein ganz entscheidender Punkt. Er hat zehn Aufträge, also zehn Objekte gerade online, was ja schon im Verhältnis zu 80 Prozent der anderen Makler schon viel ist. Das haben ja die meisten schon gar nicht. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Was ist der Schlüssel, dass das Marketing richtig zum Fliegen kommt, dass das richtig knallt aus deiner Sicht? Also erst mal Daten sammeln ist ganz wichtig. Also die Informationen, die man gesammelt hat, durch das, was man erreicht hat, diese Daten zu verarbeiten und daraus neue Aktionen ableiten zu können. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist ganz wichtig, organisieren. Ja, also weitere Maßnahmen planen, managen, organisieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allem, was man niemals machen darf, meines Erachtens nach, vielleicht fällt dir da noch was darüber hinaus ein, ist, sich abhängig zu machen von zum Beispiel Dritten, von externen Parteien im Bereich des Marketings oder der Akquise. Also das heißt, er muss selber verstehen, wie es funktioniert. Ja, ja, also ich erkläre mal ganz kurz, was ich will Abhängigkeiten meine. Also ich habe ganz oft das Thema, dass die Leute sagen, also sie sehen das Problem, mir fehlen Objekte und kommen dann direkt mit der möglichen Lösung, ja, ich brauche Online-Marketing, ich muss Leads kaufen, damit ich mich irgendwie über Wasser halte. Da bin ich ja im Teufelskreis. Haben aber selber noch gar nicht verstanden, wie es eigentlich funktioniert. Richtig, aber darum geht es gar nicht in der Regel. Es geht eigentlich vielmehr um den Kern, dass der Mensch nicht in der Lage war, die Ursache des Problems zu sehen. Die Ursache des Problems ist, dass er sich zu keinem Millimeter überhaupt von seiner Konkurrenz unterscheidet an seiner Regierung. Ja, aber wenn ich das weiß, dass ich mich nicht entscheide, also die Ursache suche und nicht direkt probiere, eine Lösung auf das vermeintliche Problem zu finden, dann kann ich überhaupt agieren und Dinge verändern, also Maßnahmen in die Wege leiten, die mich an meinem Standort von meiner Konkurrenz abheben. Ja, ja, ja. Beispielsweise meine Persönlichkeit mehr in den Vordergrund zu hängen, etc. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um dann wirklich Ursache zu werden, die Maßnahmen in die Wege zu leiten und unabhängig von Dritten oder Externen in der Lage zu sein, Aufträge zu generieren. Ja, weil es ist schon ein Unterschied, als ob du einen Fisch kaufen gehst oder dir den Fisch selber angelst. Ja, das schmeckt auch besser. Genau, also das heißt erst natürlich mal Basic-Arbeit machen. Für mich ist ein ganz, ganz im Prinzip der absolute Schlüssel zu allem sind Objekte. Definitiv. Ja, weil der Punkt ist doch einfach der, egal welche Aktionen ich mache als Makler, egal welche Aktionen ich mache, Flyer, Print, Online-Marketing, Was bringt mir die coolste Online-Marketing-Werbe-Ad und das coolste Video, wenn die Leute auf meine Seite gehen und was will ich denn, wenn ich als Verkäufer oder als Käufer auf einer Webseite von Immobilienmakler sehe, ja, da will ich doch keine Uhren kaufen oder keine Autos, da will ich Immobilien kaufen und Immobilien sehen und da ist nichts. Nothing, nada, Lulu. Da ist kein Objekt, kein gar nichts. Und wir haben ja festgestellt, ganz klar, dass die Makler, die bei uns exakt eins zu eins das wirklich umsetzen, was wir, ich sage mal, es ist ja schon manchmal predigen, ja, was wir predigen, was wir vorleben, was wir zeigen, wenn die das umsetzen und mehr Objekte, mehr Objekte auf ihrer Webseite, das muss der totale Fokus sein, ja. Im Vergleich zu vielen Maklern, die so sich mit ein, zwei Objekten immer so durchs Jahr, durchs Leben hangeln, weil das Problem ist, die haben einfach nicht diesen Proof, ja, die haben nicht diese Beweise und jetzt kommt ein Kunde oder möglicher Kunde auf die Webseite und der sieht jetzt, ja, wie bei unserem Christian als Beispiel, ja, sieht da 35 Objekte, ja, und nicht, die schon seit Monaten da sind, sondern permanent frisches Material sozusagen, ja, der Warenkorb ist voll, permanent frische neue Objekte, so, und das, was bei ihm passiert, ist ja unglaublich, ja. Warum ist es unglaublich? Weil auf einmal aus dieser Sexiness entsteht, ja. Der wird unglaublich attraktiv für das Außen, ja, also für Verkäufer, für die Käufer. Für mögliche Mitarbeiter, ja. Für Mitarbeiter, ja, absolut. Und auf einmal kommen die aus allen Ecken, ja. Auf einmal ziehen die Flyer-Aktionen noch besser, Print zieht noch besser, ja. Dominanz. Dominanz. Objektwerbung, ja. Innerhalb von drei oder vier Monaten, glaube ich, absoluter Platzhirsch, ja. Alle anderen Konkurrenten aus dem Rennen geschlagen, stärker als alle Banken vor Ort, als alle anderen Makler. Keiner hat mehr Objekte, that's the key. Wie lange hat er dafür gebraucht? Also ich habe, das entscheidende, also das entscheidende Gespräch war, glaube ich, im November, ja, genau. Ende November, letztes Jahr, genau, letztes Jahr Ende November. Und es war eigentlich nur eine Entscheidung, die bei ihm hier oben getroffen werden musste. und dann, ja, bis jetzt, fünf, sechs Monate. Ja, so jetzt, jetzt, jetzt sagen ja, möglicherweise, fragen sich ja viele, ja, das ist ja alles ganz schön, Objekte ist der Schlüssel. Wie komme ich denn da letztendlich hin? Ja, also wir hatten es eigentlich schon angesprochen. Also es gibt zwei Möglichkeiten, was ihr einfach verstehen müsst. Euer Wissen über Immobilien alleine reicht leider nicht, um an Aufträge zu kommen. Deswegen, ihr braucht Marketingwissen. Ihr müsst verstehen, was für eine Sprache spricht eure Zielgruppe. Wie erreicht ihr die konkret? Was für Botschaften funktionieren? Vor allem versteht, wie könnt ihr euch von der Konkurrenz in eurer Region wirklich maßgeblich abheben. Ja, weil es ist ein Naturgesetz. Also ich stelle dir mal eine Frage. Wenn du jetzt auf einer Straße bist mit 100 Friseurläden, 99 davon sehen gleich aus und einer sieht anders aus. Wo gehst du rein? Naja, wahrscheinlich wäre einer, der anders aussieht. Oder ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich gucke erst mal da, wo was los ist. Also wo ich wirklich merke, da sind Leute wie in einem Restaurant, im Urlaub. Kannst du mal von ausgehen, dass der, der anders aussieht, auch vorder ist. Ja, genau. Das ist einfach ein Naturgesetz. Der Mensch entscheidet sich für das, was ihm anders und besonders, das ist glaube ich das wichtige Wort, besonders erscheint. Dafür entscheidet er sich. Und damit sind wir auch bei einem ganz entscheidenden Thema, weil wir haben einen Kunden, den lieben André, der ist ganz kurz im Coaching, der wirklich super konsequent das umgesetzt hat und umsetzt. Und wir setzen ja auf eine Thematik, Wow-Faktor, Lieferung, also Delivery, Leistungserbringung, der Verkauf von Immobilien, wo ja viele sagen, ah ja gut, wenn ich eine Immobilie habe, verkaufen ist ja gar kein Problem. Aber genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, dass die Objekte so luschi verkauft werden, so rucki-zucki, mal schnell verkauft werden, ja aber end of the day nicht mit Wow-Faktor. So und der hat uns, und das ist ein Makler, der ja schon auch viele Jahre im Markt ist. Ein alter Hase. Ein alter Hase, der uns ganz klar bestätigt hat, er hat noch nie so viel Feedback bekommen von den Kaufinteressenten. Er hat noch nie so schnell festgestellt, wie viele Verkäufer unter den Kaufinteressenten eigentlich darunter sind, ja, also wie viel Potenzial in den Kaufinteressenten, die dadurch, dass er so eine geile Arbeit gemacht hat, so einen Wow-Faktor abgeliefert hat, auf einmal die Leute auf ihn zu kommen und sagen, hey, wir wollen auch was, wir wollen nicht nur kaufen, sondern wir wollen auch was verkaufen, ja, und er sagt ganz klar, das hat er so noch nie erlebt in den ganzen Jahren, wo er Makler ist. Ist er verrückt, oder? Ja, also ich glaube, wir können uns definitiv darauf einigen, dass das eine Thema, also sprich die Akquise von Aufträgen, damit ist es nicht getan, sondern der Engpass verschiebt sich, ja, weil das ist ja ein dynamisches Geschäft und du hast vollkommen recht, das höre ich auch immer wieder in meinen Gesprächen, ja, ich brauche ja nur Objekte. Nein, du brauchst nicht nur Objekte, ja, du brauchst auch dahinter geschaltet Prozesse, die in der Lage sind, deinen Verkauf, deine Delivery, die Lieferung deiner Dienstleistung auf absolutem Champions-League-Niveau abzuwickeln, um auch nachhaltig und langfristig aus dem Leben zu können, was du dir erschafft hast. Ja, und vor allen Dingen ist ja das, weil das ist das, was wirklich den Unterschied macht da draußen in der Delivery, in der Lieferung eurer Dienstleistung, was dafür sorgt, dass ihr euch wirklich sichtbar besonders abhebt von all der Konkurrenz, die da draußen rumläuft. Ja, das ist ja das Einzige, was die Leute sehen und das ist auch wieder, was viele Makler nicht verstehen und woran sie dann auch scheitern, ist die Tatsache, dass das, was sie wirklich liefern, also der Verkauf von Immobilien, ist das Einzige, was draußen bei den Kunden, Verkäufer und Käufer, tatsächlich real auch sichtbar ist und sichtbar wird. Das alles andere, das ist ja genau wie bei Amazon auch, das, was da im Hintergrund abläuft, das sieht ja keiner. Die Logistik, der gesamte Ablauf, die Prozesse, die Systematik, auch bei einem guten, sehr guten Immobilienmakler sieht ja der Kunde das nicht. Das ist ja auch das Problem, warum Käufer, Käufer, end of the day, nicht wertschätzen können, was ein Makler im Background macht und wenn ich aber das vorne dann auch noch so mit Standard-Exposés aus irgendwelchen CRM-Programmen raushaue, die ich bei jedem Makler an jeder Ecke bekomme. Es ist so einfach, Lob und Anerkennung zu bekommen. Es ist so einfach. Also du sagst es gerade, Exposé. Es ist so einfach, wirklich Feedback von Kunden zu bekommen auf Kleinigkeiten, aber da wären wir eigentlich beim nächsten, und das ist vielleicht sogar das alles entscheidende Thema. Es ist einfach die Einstellung, das Mindset der Makler da draußen, was dafür sorgt, dass die sich nicht den Erfolg holen, den sie eigentlich haben können. Und das sind so Einstellungen, also so Glaubenssätze, wie beispielsweise, ja, so wie ich es mache, hat es ja schon funktioniert. Was soll ich denn ändern? Und ich kann super verkaufen. Ich mache das super. Ich verkaufe es für mich gar kein Problem. Das sind so Grundeinstellungen, ist das denn tatsächlich nur Mindset oder ist das auch unheimlich viel Ego dabei? Ja, klar. Also seit dem Motto, ich will mir eigentlich gar nicht eingestehen, dass ich noch was verbessern kann. Wir wollen es jetzt auch nicht, also nicht, dass die Leute das falsch verstehen. Wir wollen ja jetzt nicht, hier ist ja no front, wir wollen ja nur einfach auch ein bisschen wachrütteln und zeigen, hey, passt auf Leute, das ist einfach nicht schlau. Ja, weil wenn du in den Spiegel reinschaust, eine Immobilie zu verkaufen, ist doch gar kein Problem. Das ist aber auch für kein Privatverkäufer ein wirkliches Problem, irgendjemanden zu finden, der einem die Immobilie abkauft. Aber es geht darum nicht, sondern es geht vielmehr darum, dass, also erstmal jedes Geschäft, also nach dem Geschäft ist vor dem Geschäft sozusagen. Das heißt, ich muss einfach mehr liefern, als die Konkurrenz das macht, der Wettbewerb. Ich muss mehr liefern, als der Kunde erwartet, Käufer und Verkäufer, ja, weil nur so kann ich mich abheben von der Konkurrenz, vom Wettbewerb, weil das ist unik. 100 Prozent, 100 Prozent. Am Ende des Tages, was ist denn eigentlich, also, wie findet ein erfolgreicher Verkauf statt? Ganz einfach, indem dein Gegenüber erkennt, dass du ihm einen erheblichen Mehrwert lieferst, ganz genau. durch den Austausch, den er dir gibt. Genau. Das ist verkauft. Aber die Makler da draußen können doch nicht erwarten, dass sie mit einer 0815 Dienstleistung, und wenn sie tief in sich hören, ist es faktisch so, dass 80 Prozent da draußen eine 0815 Dienstleistung anbieten. Exakt, ja. Dann können sie doch nicht erwarten oder können sich nicht wundern, wo die Aufträge bleiben. Und die Leute nicht schaden kommen, ja. Weil der Austausch, weil der Austausch, weil der Mehrwert eurer Zielgruppe nicht bewusst geworden ist. Er ist einfach nicht angekommen. Ja, da kann man jetzt wieder sagen, ja, das Marketing, es wurde nicht richtig kommuniziert. Ihr habt die falsche Positionierung. Ihr schafft es nicht, euch richtig darzustellen. Ihr kommt nicht so an bei der Zielgruppe, wie ihr euch selber seht. Ja, das sind ganz, 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 ganz viele Faktoren. Wir sind in Saint-Tropez, hier fliegen auch die Hubschrauber. Ja, das ist... Fakt ist auf jeden Fall, bekommt mehr Wissen über Marketing, wie ihr euch richtig darstellt, wie ihr euch abhebt. lernt, dass es nicht nur mit Aktrise getan ist, sondern dass es weitergeht mit der Lieferung eurer Dienstleistung und ich denke, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Und vor allen Dingen, wie gesagt, nochmal, alles führt dahin, das ist mir noch wichtig, alles führt dahin, du musst einfach mehr als ein, zwei Objekte haben, weil das ist der Key, das ist der Schlüssel zu dem wirklich durchschlagenden Erfolg, weil du brauchst diese Beweise und die Leute müssen sehen, dass du eben nicht nur ein Profi bist, also ein Mensch, der für den Erwerb Geld bekommt, sondern dass du ein Experte bist, ein Experte, nämlich in dem Bereich, den du da machst, besonders gut bist und besondere, außerordentliche Fähigkeiten hast und dich eben von den Profis, die eben einfach nur Geld verdienen, könnt ihr gerne mal definieren und in Google mal eingeben, die Unterschiede, einfach Experte werden, viele Objekte ranzuholen und aufzuhören, diesen, also diesen Knoten zu lösen, sich mit ein, zwei Objekten zufrieden zu geben, mal abgesehen davon hat es noch einen schicken Nebeneffekt, weil du verdienst halt eben viel mehr Geld und wenn du viel mehr Geld verdienst, kannst du auch einen geilen Scheiß machen, kannst viel mehr investieren auch in Marketing und Werbung und hast nicht jedes Mal die Schweißperlen auch verstören, wenn du mal ein paar tausend Euro für Marketing ausgeben musst. Kann man so oft tun. In diesem Sinne bleibt uns jetzt noch eins zu sagen, also wenn ihr da draußen Bock darauf habt, wirklich euer Marketingverständnis, euer Marketingwissen nach oben zu fahren, wenn ihr mehr Objekte wollt, wenn ihr wirklich Immobilienverkauf vom anderen Stern beherrschen wollt, dann gibt es nur eine Variante und nur eine Lösung. Hier unter diesem Video klicken, ein kostenfreies Coaching zu buchen, wo wir euch analysieren, mit euch gemeinsam eine Roadmap entwickeln und dann schauen, wie und in welcher Form eine Zusammenarbeit mit uns Sinn macht. Ich kann dir versprechen, sie macht Sinn. Das beweisen unsere zahlreichen Kunden, aber genug der Werbung. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.